Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag hier aus Spielberg von der FSA. Ich möchte euch heute kurz ein bisschen den Status vom heutigen Tag geben. Fängt aber schon damit an, dass wir gestern, nachdem wir das Video gedreht haben, uns nicht mehr für das Scooteneering fertig machen konnten, sondern es ist noch ein Fehler aufgefallen, an dem wir die ganze Nacht gearbeitet haben, sind heute morgen dann ins Charging Tent gegangen, konnten dort an der Batterie weiterarbeiten und einen ersten Teil des Scooteneerings abschließen, während die Jungs von der Business Präse heute morgen um 8.30 Uhr ihren Vortrag gehalten haben und sehr positives Feedback erhalten haben. Nachdem wir sehr zeitkritisch dann aus dem Scooteneering gekommen sind, sind wir heute Mittag um 13 und 14 Uhr einmal ins Design und einmal in den Cost Report gegangen. Wir sind da sehr positiver Dinge. Morgen werden wir da genaueres zu erfahren. Punkte werden morgen früh ausgehängt werden. Haben danach dann uns direkt wieder am Scooteneering angestellt und konnten im E-Teil schon einen großen Teil absolvieren, bis wir an einen Punkt gekommen sind, an dem wir nicht mehr weitermachen konnten und durften dann noch ins M-Scooteneering gehen, wo die mechanische Seite abgenommen wird. Wir konnten hier einmal das komplette Scooteneering-Sheet durcharbeiten, haben jetzt eine Liste vom Mechanical und vom Electrical Scooteneering, um dort jetzt heute Abend weiterzuarbeiten und uns morgen früh direkt wieder anzustellen, um dann bis zur Deadline morgen voll und ganz mit dem Scooteneering fertig zu sein, um dann die Disziplin so gut es geht noch mitzunehmen. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch und bis die Tage. Bis zum nächsten Mal!